Ja, da wollen wir mal gleich sehen, was das zu bedeuten hat. Zunächst, Bits und So kommt mit freundlicher Stützung von Jimdo heute wieder. Starte mit deinem Lieblingsdesign, sagen sie. Ihr geht auf die Shownotes von der 494 und wählt dort den Link für Jimdo aus. Und ihr könnt euch dort eine Website zusammenstellen. Die schönste Website der Welt, nämlich deine. Ha! Ja, zum Beispiel deine oder meine oder wenn ihr jemanden kennt, der eine Website braucht, aber keinen Schimmer davon hat, wie er das bewerkstelligen soll. Oder keinen Bock hat, das selber zu machen, so mit HTML. Ja, auch aus Faulheitsgründen ist auch legitim. Dann hier einfach eine Vorlage aussuchen für irgendeinen. Ihr könnt ja gucken, was das ist. Ich finde es immer ein bisschen schwierig zu sehen, welche Vorlage ist denn hier für mich geeignet. Ihr müsst euch mal den Text wegdenken. der Lorem Ipsum von reindenken und dann überlegen, welches Design passt irgendwie und dann könnt ihr euch anschauen, wie funktioniert das, wie sieht das aus. Ihr habt Vorschläge für andere Vorlagen. Ihr könnt sowieso auf dem kostenlosen Level bleiben. Dann ist eure Domain irgendwas.jimdo.com oder ihr geht auf Jimdo Pro. Dann haben wir einen Gutscheincode Bits und So für 20% auf euren Kauf. Ihr könnt auf jeden Fall erstmal kostenlos testen, nur E-Mail und Passwort eingeben und bestätigen, dass ihr kein Roboter seid und dann geht's da los. Ihr könnt es ausprobieren, auf dem kostenlosen Level bleiben oder ihr geht dann auf Jimdo Pro. Dann bekommt ihr eine eigene Domain. Ihr bekommt den Shop freigeschaltet, den einfachen Shop freigeschaltet und könnt damit Android und iOS Apps die Inhalte pflegen. Die Inhalte an Ort und Stelle mit einem Visivik Editor einfach reinklicken und dann habt ihr eine Website für ein Geschäft, für euren Verein, für was auch immer. Und das könnt ihr auch euren weniger techfreudigen Herrschaften in der Verwandtschaft und Bekanntenkreis gerne mal zeigen, weil es halt doch geht. Ich kenne zum Beispiel jemanden, der vermietet darüber sein Ferienhaus. Website, paar Fotos drauf, Adresse, E-Mail-Formular fertig und geht. Herzlichen Dank an Jimdo für die Unterstützung. Klickt mal den kostenlosen Test oder benutzt den Gutscheincode Bits und So für 20% Rabatt. Dankeschön.